Und meine Damen und Herren, wir kommen noch einmal ins Inland und wollen schauen, wie aktuell die politische Stimmung hierzulande ist. Und Aufschluss darüber gibt uns natürlich das Trendbarometer und dann natürlich auch Reinhard Schlinkert, den ich ganz herzlich hier bei uns im Studio begrüße. Guten Abend. Herr Schlinkert, der Lockdown wird bis Ende März verlängert, aber schrittweise soll es Lockerungen geben. Wie kommen diese Maßnahmen denn bei der Bevölkerung an? Ja, das finde ich ganz interessant. Ich finde auch schön, dass wir darüber reden können, weil es sich ja so anhört, als wenn die ganze Republik in Aufruhr wäre. Und jeder sagte, oh Gott, das geht aber alles zu weit. Aber wir haben gefragt. Und schauen Sie selbst, es sagen 30 Prozent immerhin, die Regelungen gehen zu weit. Aber die absolute Mehrheit sind fast zwei Drittel. 47 Prozent sagen, 67 sind angemessen oder gehen nicht weit genug. Ich finde, das ist doch ein... Das sind schon minus sieben Prozentpunkte. Naja, aber das liegt hauptsächlich daran, dass es zwei Parteien gibt inzwischen, deren Anhänger sagen, die Maßnahmen gehen zu weit. Das ist einmal mit um die 70 Prozent die AfD-Wähler und die Hälfte der FDP-Wähler. Und damit ist natürlich die Ablehnung relativ groß. Bei allen anderen Parteien ist die Zustimmung dazu ausgesprochen groß. Angemessen sagen bei fast allen Parteien CDU, Grüne, SPD, ein bisschen weniger Linke, fast überall zwei Drittel bis zur Hälfte der jeweiligen Wähler. Es gibt aber auch viele, die immer noch sagen, fast ein Viertel, außer bei der FDP und bei der AfD. Das geht noch nicht weit genug. Weil so ist die Stimmung doch. Die Leute sagen, wir müssen was machen dagegen. Aber eigentlich wären wir auch froh, es wäre bald vorbei. Ja, das hofft natürlich jeder. Deswegen schauen wir mal die Corona-Maßnahmen in den kommenden Wochen. Was wünschen sich die Bürger denn da? Ja, am schönsten wäre es natürlich, wenn wir sie vollständig aufheben könnten. Aber da sind die Leute schon realistisch. Sie sehen selbst, zehn Prozent sind der Meinung, dass man sie total aufheben sollte. Die Hälfte allerdings sagt, teilweise aufheben ist ja wohl auch passiert. Aber immerhin ein gutes Drittel sagt, eigentlich weg damit, nicht weg damit, sondern sie sollen so bleiben, wie sie sind. Das ist auch ziemlich bemerkenswert. Gibt es denn da auch Unterschiede bei den einzelnen Gruppen, Altersgruppen oder Bildungsgruppen, wie die Bürger sich hier entschieden haben, wie sie sich entscheiden würden? Ja, wir haben mal reingeguckt. Es ist also in diesem Fall wirklich, dass es einen Unterschied in der Bildung gibt. Bei den Dritteln, die sagen, die Maßnahmen, an denen soll man festhalten, sind die Menschen, die ein Abitur haben. Also im Abiturabschluss sind es 43 Prozent, die sagen, daran muss festgehalten werden. Und die eine formale, niedrigere Bildung haben, da sind es unter 30 Prozent. Also da kommt auch die Bildung zum ersten Mal klar durch. Dann schauen wir mal weiter auf die Grafiken, die Sie uns hier mitgebracht haben. Da geht es um die Zufriedenheit der Bürger mit den einzelnen Politikern. Und ja, das sieht für eigentlich fast alle nicht gut aus. Die Zufriedenheit ist stark gesunken. Zwei hat es ganz besonders erwischt. Ja, man muss mal schauen. Schauen Sie mal, es sind immer noch, man kann ja sagen, es sieht sehr schlecht aus, aber zwei Drittel sind immer noch mit der Frau Merkel zufrieden. Über 50 Prozent mit Herrn Söder, fast 50 Prozent mit Herrn Scholz, Herr Maas ein bisschen weniger, Herr Spahn, nur noch 39 Prozent und Armin Laschet 35 Prozent. Das Interessante ist ja, dass wir überall Minuszahlen sehen, außer bei Olaf Scholz, der ja auch gerade das SPD-Wahlprogramm nun verkündet hat. Wir hatten auch mal überall Pluszahlen. Wir kommen gleich noch auf die zweite Hälfte nach den anderen. Das war da, als die Leute alle Hoffnung hatten, dass es jetzt nun endlich losging mit der Impferei. Vielleicht sind die Zahlen in vier Wochen dann auch wieder ein bisschen anders. Ja, es kommt noch die zweite Hälfte, die ein bisschen weiter zurückliegen, die zweite Hälfte der Politiker. Da schauen wir mal drauf. Die fängt mit Herrn Altmaier an, der auch ordentlich verloren hat, weil die Hilfen ja wohl nicht angekommen sind und hört dann ganz unten mit der neuen linken Vorsitzenden auf. Aber Sie sehen selbst, auch da haben alle verloren oder sind gleich geblieben. Das ist auch ganz interessant, dass Christian Lindner bei seinen 26 Prozent geblieben ist. Aber er trifft wohl mit seiner Kritik an dem Corona-Handling das Herzen seiner Wähler ganz gut. Genau. Frau Henning-Welzer, können wir noch nicht so viel sagen. Die neue Parteivorsitzende der Linken. Kennen auch noch nicht so viele. Es sind also drei Viertel der Menschen in Deutschland. Kennen Sie überhaupt nicht. Sagen Sie auch, kann ich gar nicht beurteilen, kann ich gar nicht bewerten. Die Zahl ist wirklich nicht besonders aussagekräftig. Interessant finde ich noch, dass Herr Meuthen zugelegt hat. Vielleicht liegt das auch daran, dass er innerhalb der AfD sagt, bleibt ein bisschen vorsichtiger mit dem, was ihr sagt. Wie sieht denn die Zufriedenheit insgesamt mit der Bundesregierung und ihrem Krisenmanagement aus? Und wie hat sich das auch im Laufe der Zeit verändert? Also wenn wir so an den Anfang denken, da waren die Menschen ja sehr zufrieden. Und jetzt hört man eigentlich nur noch Gemecker, wenn ich das mal so ausdrücken kann. Aber das spiegeln ja jetzt eigentlich die Zahlen gar nicht unbedingt wieder. Ja, muss ich erst mal sagen, wir sehen ja selbst noch die Hälfte der Bevölkerung sagt, wir sind zufrieden mit der Bundesregierung. Dann sagt man, könnte man ja sagen, da ist ein niedriger Wert. Aber wir haben eigentlich jetzt erst zum ersten Mal bei dieser Corona-Krise überhaupt positive Zahlen gehabt, dass die Leute gesagt haben, wir sind zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Das hat es eigentlich noch nie gegeben. Und wenn wir vielleicht gleich mal auf die Verlaufskurve schauen können, wie sich das entwickelt hat vom Januar vergangenen Jahres, als dann der erste Lockdown fast durch war und jeder sagte, jetzt wird es wieder gut. Aber dann schauen wir uns die Kurve an. Dann ging wieder die, dann ging die Zufriedenheit mit der Bundesregierung stark nach oben. Weil man natürlich sagte, okay, sie tun was. Im Sommer ein Lockdown wird wieder gelockert. Jeder hat die Hoffnung, es wird alles besser. Und dann schauen wir, dass zwischen November und Dezember vergangenes Jahres die Kurve nach unten anfängt zu fallen. Was ist da genau passiert? Ja, die Leute haben sich als erstes Mal alle gefreut, dass ein Impfstoff entwickelt worden ist in Deutschland. Dann haben sie sich gefreut, dass so viele Impfzentren gebaut worden sind. Und dann haben sie gemerkt, es gibt leider nicht genug Impfstoff. Und schon sank die Zufriedenheit mit der Bundesregierung. Aber 50 Prozent ist ein Wert. Da hätten Vorgängerregierungen immer noch von geträumt. Man muss wirklich auch festhalten, die Zufriedenheit jetzt ist größer als vor der Pandemie. Ja, vor der Pandemie gab es also überhaupt nicht so eine hohe Zustimmungsrate. Das war doch wesentlich weiter zurück. Und man muss auch noch ein Wort sagen, die Zufriedenheit im Osten ist noch ein bisschen geringer mit der Bundesregierung. Kombiniert sehr zufrieden und zufrieden sind es da 40 Prozent. Es liegt natürlich auch daran, dass im Osten die Linken und die AfD wesentlich stärker sind als im Westen. Die Linke lehnt die Position der Bundesregierung beim Impfen nicht so stark ab, aber die AfD fast geschlossen. So, dann blicken wir mal weiter, was das konkret bei der Bundestagswahl bedeuten würde, wenn sie denn jetzt schon wäre. Sie ist am 26. September, das wissen wir alle. Aber wenn jetzt am Sonntag schon Bundestagswahl wäre. Ja, wäre denn die Sonntag schon die Wahl, die uns alle im September bevorsteht, sehen Sie die Zahlen selbst. Die Union verliert einen Punkt, die SPD geht einen rauf, die AfD geht einen rauf, die FDP geht einen runter, die Linke einen rauf und die Grünen einen runter. Es ist also eigentlich ein sehr stabiles Bild, auch wenn man denkt, dass die amtierende Bundesregierung schwarz-rot eigentlich total schlechte Werte haben müsste, wenn man so die öffentliche Diskussion verfolgt. Aber man sieht, dass die Leute nach wie vor sagen, sie probierten ordentliche Arbeit zu machen. Und es ist ja wohl auch gar nicht so leicht, man konnte ja als Politiker das Handling von der Pandemie irgendwie organell oder üben oder lernen. Also nicht viel Bewegung drin. Ist Ihnen denn doch noch irgendetwas aufgefallen, was da bemerkenswert war, auch was die einzelnen Gruppen angeht? Ja, ich finde interessant, wenn man sich die über 65-Jährigen anschaut, das sind ja viele, die auch noch vor der Wiedervereinigung schon in den beiden Teilen Deutschlands gelebt haben. Also wenn man sich die über 65-Jährigen anguckt, da kommt die Union auf wesentlich mehr, auf 43 Prozent nämlich. Die SPD kommt auch auf mehr, kommt auf 23, ich will sie nicht mit Zahlen totschlagen. Also da gibt es immer ein bisschen mehr und bei den Grünen gibt es ein bisschen weniger, bei den über 65-Jährigen fand ich ganz interessant. Und auch bei den Grünen sind diejenigen, die hochgebildet sind und ein hohes Familieneinkommen haben von über 3.500 mit 27 Prozent noch ein bisschen höher als die 20 Prozent, die wir da haben. Sie schlagen uns nicht mit Zahlen tot, deswegen sind Sie ja da. Ja, aber die Zuschauer kann nicht jede Zahl merken. Nein, aber jetzt schauen wir nach Baden-Württemberg, unter anderem da wird ja am 14. März, also ist nicht mehr lange hin, gewählt bei der Landtagswahl. Ja, wie sieht es da aus? Ja, das ist keine Prognose. Nein, das war, wir waren bis gestern im Feld und auch da gibt es noch in Baden-Württemberg Sagen und 27 Prozent der Menschen, wir wissen immer noch nicht, was wir wählen sollen. Die Wahl ist ja erst in zehn Tagen etwa, aber ganz interessant ist, dass die amtierende grün-schwarze Koalition, sind ja die Grünen und die CDU, auf 33 beziehungsweise 25 Prozent kommen, das ist für die CDU kein sensationelles Ergebnis, aber auch interessant ist, dass die in Baden-Württemberg jetzt die SPD und die FDP Kopf am Kopf legen, das haben wir auch lange nicht mehr erlebt, das ist sicherlich ein besonderes Erlebnis, besonders für die FDP. Und besonders interessant finde ich es ja auch, wenn man diese Zahlen mit denen im Nachbarland Rheinland-Pfalz vergleicht, da wird ja auch gewählt am gleichen Tag, da unterscheiden sich die Zahlen doch ziemlich stark. Ja klar, da gibt es ja auch eine Ministerpräsidentin der SPD, die schon viele Jahre im Amt ist, sie verharren bei 30 Prozent, allerdings die CDU bei 28. Sie sehen die Zahlen, auch da ist die FDP relativ stark, sie profitiert schon etwas von der Schwäche der FDP, die Grünen sind nicht so stark, aber wir sehen in beiden Ländern, dass gute populäre Regierungschefs jeweils ihre Partei mit hochziehen, das tut Frau Dreyer in Rheinland-Pfalz und das tut Herr Kretschmann in Baden-Württemberg. Aber wie gesagt, gewählt ist noch gar nicht, gewählt wird erst Sonntag in der Woche, da kann immer noch was passieren und warten wir mal ab, was passiert. Es werden sicherlich spannende Wahlabende, auch für uns interessant, weil wir allerdings auch ganz gute Verfahren entwickeln mussten, um die Briefwähler richtig einzuschätzen. Und da gibt es ja eine ganze Menge inzwischen in beiden Ländern, die meisten von denen sagen uns übrigens auch, sie wählen Brief wegen der Pandemie, deshalb wollen sie das nicht zu Hause machen. Alles klar, ja, wir sind gespannt. Vielen Dank, Herr Schlinkert.